Internationale Grüne Woche 2014 in Berlin. 410.000 Besucher, 1650 Aussteller aus 70 Ländern. Mit dabei die Distelhäuser Brauerei aus dem Taubertal. Bereits zum zweiten Mal sind die Distelhäuser heuer zur weltweit größten Verbrauchermesse gekommen, um dort ihre neuen Bierspezialitäten auszuschenken. Diese handwerklich gebrauten Biere kamen beim Berliner Publikum bestens an. Heute habe ich Distelbier probiert und vorhin irgendeine kanadische Sorte. Ich muss sagen, bis jetzt schmeckt mir das Distelbier hier auf der Messe am besten. Ich bin eher so der Pilsner-Fan, aber auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert zu trinken. Ein äußerst interessantes Bier, sehr angenehm gehopft, Hopfenaroma, Hopfenblume, angenehme Bitterei. Fantastisches Bier, sensationell. Ich würde es kaufen, ja. Ich komme aus Franken, jetzt sind wir in Berlin und jetzt habe ich den Distelhäuser Stand gesehen und habe gesagt, jetzt gehen wir her, trinken wir mal ein Distelbier. Und es war sehr gut, mir hat es geschmeckt. Und vor allen Dingen bei so einer netten Bedienung, da muss ja das Bier schmecken. Die sind so nett, die Damen. Also ja, muss ich sagen, doch. Gerade erst haben die Distelhäuser elfmal Gold bei der DLG-Prämierung errungen. Das Distelblond, den Primus unter den ausgezeichneten Bieren, haben sie mit nach Berlin gebracht. Ja, von elf Goldmedaillen, die wir gewonnen haben, hat Distelblond eine gewonnen mit 4,9 Punkten von fünf möglichen. Darauf sind wir besonders stolz. Das Distelblond wird aus handverlesenen Rohstoffen der Region Tauberfranken hergestellt. Eine obergärige Spezialität mit den Aromen von Citrus, Pfirsich und Mango. Die fruchtige Note kommt ausschließlich durch den gezielten Einsatz von Hopfen beim Brauvorgang ins Bier. Dabei erinnerten sich die Braumeister einer anderswo längst vergessenen Methode der Kalthopfung. Die aufwendige Herstellung neuer und geschmacksintensiver Biere, auch Craft Brewing genannt, war auf der internationalen Grünen Woche in aller Munde. Craft Biere haben ja seit circa zwei Jahren an Bedeutung in Deutschland entsprechend zugelegt. Und auch die Distelhäuser Brauerei hat sich in diese Bewegung integriert und will sich auch mit an die Spitze dieser Bewegung setzen. Wir haben mit unserer kleinen Brauwerkstatt auch die besten technischen Möglichkeiten, uns hier entsprechend zu engagieren. Aber wenn man das Wort tatsächlich in seinem Sinn interpretiert, sind wir schon seit 200 Jahren Craft Brewing. Die Distelhäuser Braumeister wollen jedoch nicht zeigen, was mit der richtigen Auswahl der Rohstoffe alles machbar ist. Ihre neuen Bierspezialitäten sollen vor allem trinkbar sein und einem breiten Publikum schmecken. Die Craft Biere haben originale Vorbilder, die sage ich mal für deutsche Zungen doch gewöhnungsbedürftig sind. Das heißt, man muss sie im Profil etwas anpassen, sie trinkfähiger zu machen, etwas moderater in der Bittere. Und ich glaube, dass das uns mit dem Distelblond sehr gut gelungen ist. Zehn Tage lang konnten die Messebesucher neben der blonden Distel auch ein eigens gebrautes Indian Pale Ale probieren. Zur Verkostung der neuen Craft Biere kamen auch der Bundestagsabgeordnete Alois Gerich aus dem Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis und Bürgermeister Wolfgang Fockel aus Tauber-Bischofsheim. Beide gratulierten zum gelungenen Auftritt. Dafür, dass es am Stand nicht nur Bier ernst zuging, sorgte das Berliner Kabaretttheater Distel. Namensähnlichkeiten mit dem Bier aus dem Taubertal waren alles andere als zufällig. Inzwischen sind die Distelhäuser wieder zurück in ihrer Brauwerkstatt und bei der kreativen Arbeit. Und wer weiß, was als nächstes dabei herauskommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017